Aaaaaaah! 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 Baaas! Komm her, Khan! Nö! So lauf ich, wenn du mir eine Adopt-Me-Patch schenkst! Ihr seid so schlecht! Ganz ehrlich, ich versuche einfach eine gute Verstecke zu finden! Oh, boah, das Versteck ist stark! Ich seh dich! Ja! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu Mörder Mystery! Aber bei Fortnite diesmal! Ja, Mörder Mystery gibt es natürlich auch bei Fortnite. Schon, glaube ich, seit Jahren. Und wir haben das ja schon sehr oft auf Roblox gespielt. Heute spielen wir das mal bei Fortnite mit Claudio, Tom und Lena. Hello! Ich glaube, es ist fast eins zu eins wie bei Roblox. Also auch die Lobby ist eigentlich die gleiche, sehe ich gerade. Es ist wirklich... Guck mal, es gibt sogar ein Hotel hier! So, es gibt wieder einen Sheriff, es gibt einen Mörder, eine Mörderin und es gibt Unschuldige anscheinend. Es ist eins zu eins einfach. Und es geht genauso weiter wie bei Roblox mit mir. Wer kennt die Melodie? ... ... Gen个 global Claudio, du kannst doch einfach gerne jetzt aufwenden, zu mehreren, zu laufen. Aaaah! Aber die Tür gehen nicht auf,كان, oder? Dass doch, die ist nicht offen. Ich glaube nicht alle. Ich glaube, die, die schon offen sind, genau da kann man rein. ... ... Oha, warte mal Kann ich etwas öffnen? Was, ach nee. Ich kann das nicht einnehmen. Claudio, konzentriere dich mal ein bisschen aufs Spiel und nicht hier wieder Punkte einsammeln und so! Alles? Wisst ihr, was mir hier fehlt? Was? Ja, das Oster-Air sammeln im August. Ah! Geh weg! Geh weg! Bitte gehen Sie. Bitte gehen Sie, ich bin in Gefahr. Bitte gehen Sie. Ja, bitte gehen Sie. Bitte lassen Sie. Oh, hier liegt jemand. Oh, yes, yes, yes. Geh weg! Ah! Was war das? Wow, das war mal schlecht. Ja, du musst dir recht geben. Die hat aber nachgeladen. Komm, ich gebe dir die Chance. Sonst kannst du die ruhig nehmen. Du, aber ey, campen darfst du da jetzt auch nicht. Nee, nee, ich camp da jetzt nicht. Ich geh erst nach oben, komm. Ach, Menno. Ich dachte, ich könnte Held des Tages werden. Was ist dieses Tü-Tü die ganze Zeit? Keine Ahnung. Ach, das ist der Aufzug. Aber das macht nicht Tü-Tü. Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü. Ey, ganz ehrlich. Diese Waffe, ich weiß nicht. Die Sheriff-Waffe ist aber auch nicht wirklich gut, ey. Ja, deswegen. Wie schlecht ist die Sheriff-Waffe hier genommen? Ey, wo es ganz ehrlich sind, als Mörder hast du viel bessere Karten. BAUS! Hä, wie hast du das denn gemacht? Perfektes Drehbuch auch mit dem Spruch. Ja. Schade. Alles getan. Oh Gott. Let's go. Geil, geil. Ja, ich bin von oben runtergesprungen. Aber kann man das Messer werfen hier bei Fortnite? Weiß ich gar nicht. Komm, jetzt geht mal in den Club hier. Ein bisschen Party machen. Party! Ich habe das Gefühl, der Algorithmus ist hier genauso wie bei... Roblox. Darf man sich verstecken, oder wie ist das? Ja, klar. Oh, gehen sie alle weg. Gehen sie alle weg. Aber ich glaube, Verstecken ist nicht so clever. Oh, die Türen auch noch mal. Oh, oh. Aha. Cool. Man kann Billard spielen. Okay. Das heißt, Kahn ist entweder Imposter oder Sheriff. Wenn er schon sagt, oh, man kann die Billard spielen. Ja, kann man doch auch unten. Was willst du denn jetzt von mir? Ja, du bist auf jeden Fall Imposter. Nur weil ich was gesagt habe. Oh. Da habe ich was gehört. Tom, wo bist du eigentlich die ganze Zeit? Ich? Mir gehört der Club, das sieht man. Oh, ich sehe es. Tom ist Clubbesitzer. Wow. Wo du wieder bist, Lena? Ich will nicht darüber sprechen. Kannst du sehen, was ich mache, Lena? Äh, warte. Warte. Ich sehe dich sehr schlecht. Okay, das ist gut. Dann weißt du nicht, wo ich bin. Doch, ich weiß, wo du bist. Aber ich sehe dich nicht. Ja, aber nicht sagen. Tom, das für dich. Tom, du weißt schon, dass du als Imposter ihn erwischen musst, oder? Ich? Ja. Ja, ja. Ich habe Mörder Misty schon mal gespielt. Also wenn es so weiter geht, dann läuft es gut. Ja, noch eine Minute rumkriegen. Du, mach dir zwei genauso weiter. Herrlich. Wunderbar. Wer ist denn dein Imposter? Ist es jetzt Tom oder Khan? Tom. Ja, okay, dann ist es Tom. Wahrscheinlich dürfte Khan von ihm weg, die ganze Zeit. Was war das denn, Tom? Wolltest du aus meinem Namen lachen gemacht oder was? Erwisch uns doch lieber mal. Ja, kann ich machen. Wie denn? Ja, das siehst du dann gleich schon. Cody, wo bist du versteckt? In dem Schrank. Puh, hier gibt es Schränke? Ja, oben. Und Tom wird mich nicht finden. Ich glaube wirklich, dass ich dich nicht finden werde. Nee. Also da wette ich aber auch mit dir. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Soll ich dir den mal verraten? Du bist nicht Imposter? Ja, ist korrekt. Khan ist Imposter? Ja, natürlich. Was? Schon vorbei? Ja. Siehst du nicht die Zeitung? Was geht, Khan? Ja, ich habe sie vergessen, ehrlicherweise. Ich war unten, Khan einfach auf der Toilette. Okay, ich habe die Toilette die ganze Zeit nicht gefunden. Ach so, ja, ganz unten war die Toilette direkt. Ab ins Haus. Ab nach Hause. Nicht in die Mine. Eine Mine. Herr, von wo ist das? Von Herr der Ringe. Das sagt mir nichts. Oh, könnt ihr bitte alle wieder gehen? Ich möchte erstmal in Ruhe hier genießen. Das ist einfach genau das gleiche Haus wie bei Hoblocks. Oh, yo, yo. Oh mein Gott, boah, das ist so peh. Ich bin intelligent. Ist das so? Oh nein. Ah! Ah, Hilfe! Ich weiß nicht, woher ich laufen soll. Okay, okay, okay. Ich bleib mal hier stehen. Tom, was willst du die ganze Zeit bei mir, Mann? Mann, dass du mich beschützt? Hau ab! Ich bin's nicht! Ja, da, da, da! Danke. Wer war das? War das Khan schon wieder? Ey, ich glaube, mit dem Controller ist es nicht so gut. Wer ist anonym? Hä? Wer besteht anonym? 2, 5, 6. Da hat jemand den Anonymen-Modus drin? Oh, Bunker. Office. Komm, ich stimme auch für das Office. Mann! Ja, Tom. Wenn du schon so schreist. Khan, wo bist du? Was willst du von mir? Geh einfach weg, okay? Geh einfach alle weg. Was ist's dann? Komm her, Khan. Nö. So lauf ich, wenn du mir eine Doppi-Patch schenkst. Ey, was soll das? Nein! Ah! Ha, 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 ha. Der Sterb ist da! Ach, Menno. Dich hab ich erst gar nicht gesehen, Khan. Tja, ich war im Aufzug. Das war nicht, Khan. Das war anonym. 2, 5, 6. Khan ist gar nicht bei diesem Video dabei. Das ist anonym. Ich spiel grad gar nicht selber. Boah, Spaceship! Oh, Spaceship! Ey, Leute, wenn ihr jetzt nicht da seid, nehmt. Spaceship! Mann! Ey! Das ist wirklich... Na, Khan ist schon wieder bestimmt, Schergefey. Aber, Tom, das ist gut. Dann wissen wir beide, dass wir es nicht sind. Ist das hier Among Us? Uh, Leute. Das ist so geil hier, wirklich. Boah, das sieht richtig cool aus. Uh, ich glaub, ich bin im Kontrollzentrum hier. Khan ist Imposter. Was? Ja, dann bist du, ist ganz klar. Ja. Geh bloß weg. Tom, lass es. Lass es! Ich bin überhaupt nicht bei dir. Was willst du? Lass es, Tom. Ich bin überhaupt nicht bei dir. Was willst du? Ah, Lela ist hier, wenn ich weg bin, dann wisst ihr es Bescheid. Ah, Lela ist es. Hilfe! Lela ist es, wirklich. Was bin ich? Nein, Lela ist es. Was bin ich? Mann! Imposter. Nein, ich bin ich nicht. Ich bin Sheriff. Ja, wer ist das denn mit dem Skin? Mein Gott, jetzt rate. Rate dreimal. Tom ist das. Ah, Pink ist Khan. Ja, da musst du es. Dann ist es Claudio. Alles klar. Tom? Ja, das ist so unfair. Spannend bei der Waffe. Und das... Ey. Ja, ja, ja. Ihr habt keine Chance. Ihr habt einfach keine Chance. Ich durfte nicht mal die Waffe aufheben. So einer bist du. Ja, gut, dass... Gut, dass Khan ja heute nicht mitspielt. Es ist ja anonym, Leute. Es ist ja nicht Khan. So gut kann er ja auch nicht spielen. Ihr seid so schlecht. Ihr seid so schlecht. Anonym spielt gut, aber Khan spielt nicht so gut. Office. Office. Wir sind im Office. Aber auch zu Hause. Ich finde, deine Songs können auch mal ein Feature gebrauchen. Ah. Tom, muss das jetzt bei jeder Runde sein? Ja. Entschuldigung, Lena. Jetzt werde ich für immer schweigen. Nein, tu das nicht. Ja, zu spät. Es ist Lena. Es ist Lena. Hallo, nicht sagen. Das ist doch unfair. Doch, das ist nicht unfair. Das ist das Spiel. Muss man besser spielen, damit man es nicht verrät. Was geht, Lena? Was geht, Lena? Was geht, Lena? Nein! Dieses Nachladen, das dauert so lange. Machst du jetzt Spawn Trapping? Ach so, du wirst es ja. Okay. Ja, komm, weißt du was? Komm, hol sie dir. Ich... Ich stehe da nicht. Komm, komm, hol sie dir. Wenn, dann will ich einen fairen Wettkampf hier. Okay. Okay? Ich... Ja, du kannst kommen. Okay. Aber warte mal, warum muss ich denn kommen? Du kannst selber kommen. Nö, 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 ich bleib hier. Ich hab die Zeit bei mir. Karl, komm, lass machen. Jetzt mach ich den Drecking. Ah! Egal, zwei erwischt. Ist auch gut, ist auch gut. Äh, das war echt dreckig. Egal, du hast anonym erwischt. Ja, Hauptsache anonym ist, äh, ist K.O. gegangen. Endlich bin ich der Hero. Ja, nach fünf Jahren auch mal. Jetzt will ich meine Mine, come on. Eine Mine. Aber ich muss sagen, es macht schon Spaß. Ja, das ist schon cool. Mother Mystery ist schon witzig. Und dann hier jetzt... In Fortnite hätte ich nicht gedacht, dass es so gut sein wird. Schon wieder bin ich innocent. Was soll denn das? Und warum es kann direkt bei mir sein? Das ist so... Nein! Geh doch einfach weg, Mann! Ah! Ich weiß, dass du Mörder bist! Okay, die Mine ist aber echt nicht gut, weil man kann sich hier nirgendwo verstecken. Boah, soll ich schießen? Soll ich schießen? Ich weiß das nicht. Mann, geh weg! Ah! Ich glaub, du bist es. Yes! Oh, sehr gut! Tom, was ist los, du Fangkuchen, du? Also, Fangkuchen. Mr. Pancake. Mr. Pancake, Tom. Mr. Pancake, immer noch ein schönerer Spitzname als Mr. Tom. Okay, dann bist du ab sofort Mr. Pancake. Ja, das ist okay für mich. Boah, komm, wir müssen mal hier zum Pharao. Ab zu Ramses. Ich starte nicht einmal als Sheriff. Ne, das ist so unfair. Ganz ehrlich, ich versuche einfach, eine gute Verstecke zu finden. Oh, boah, das Versteck ist stark. Ich seh dich. Ja, aber kommst du hier hoch? Das ist die Frage. Siehst du? Ja. Stimmt irgendwie, ich muss nur rausfinden, wie. Sag ich dir nicht. Zum, zum. Zum von hier oben. Oha! Das ist sogar noch besser, was du da hast. Was willst du von mir? Weiß nicht. Was machst du? Kann man dir vertrauen? De, 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 de. Aber ich muss schon sagen, also, das ist schon ziemlich groß hier. Hä? Hä? Wo bist du denn hergekommen? Boah, das ist natürlich fies. Tom? Oder Lena? Ja. Ja. Oh, stark. Egal, dich hab ich erwischt. Anonym. Wenn das euer Ziel ist, dann weiß ich, ich bin besser als ihr. Warum solltet ihr mich sonst verfolgen? Ich bin noch mein Spaceship. Ich versteck mich wieder wie eine Ratte. Ach, so war's gar nicht. Nee, das war Star Wars. Ich hab dich gesehen. Vorsicht, Tom, Vorsicht, Tom. Lena ist Impostor. Warum? Ja, ich hab's doch gesehen, wie du mit dem Schwert an der Hand rumgelaufen bist. Ich bin kein Impostor. Ja. Nein, ich bin's wirklich nicht. Würde ich es auch sagen. Würde ich es auch sagen. Ja, guck mal, wie auffällig das ist. Ja, Kodasi! Ja, schau! Da steht doch alle da. Oh nein. Vor allem, du lachst mit dem Schwert einfach rum. Ich dachte, ja, noch auffälliger geht's nicht. Ich hab dich aber auch gar nicht gesehen. Ich war hinter dir. Du warst hinter mir. Ja, du bist an mir vorbeigelaufen. Aber guck mal, ich hätte auch durchkommen können, ne? Ja, schau. Beinah hätten sie es mir geglaubt. Beinah. Hallo? Wirf hier nicht mit Tomaten. Was ist los, Junge? Wobei, Hotel ist eigentlich was. Hotel! Hey, auf Tomaten zu schweißen. Buh. Okay, dann keine Tomaten, dann eine Wasserflasche. Ach, das war Butterfield. Ist aber... Oh nein. Sehen los. Kahn, du hast schon 20 Winstruck. Das reicht doch. Oh no. Oh no. Oh no. Ich muss hier raus. Oh, du. Ich muss hier raus. Boah, es hat mich erschreckt, Junge. Tom, triff. Please. Sehr gut. Das ist so ärgerlich, dass ich in Nahkampf muss. Claudio ist der schlechteste Murder Mystery Spieler, den es bei Fortnite gibt. Ich sollte nicht mit Controller spielen, das ist doch nicht so gut. Denkst du wirklich, mit Tastatur und Maus wirst du besser? Spaceship. 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 Take me to Spaceship. Ich probiere es jetzt mal mit Maus, dass du kommst. Spaceship. Es muss ja irgendwas dran sein. Jetzt unnötiger Rap-Part, Kahn. A friend to the council or a couple of friends. Ja, das nicht erbringt zu denen. Let's go to the mall. Let's go to the mall. Och man. Muss das jetzt jedes Mal sein, Lena? Ja. Wo ist es? Oh, wie süß. Hier ist eine kleine Raupe. Oh, ist die Knuff. Hat jemand schon die Raupe gesehen? Die ist voll knuffig. Stark. Hä, was soll das? Oha. Ich hab alles verpasst. Sogar mit dem Maus. Kahn hat sich selber erledigt. Oh, ernsthaft? Wie hat er das denn gemacht? Mit Feuerwerk. Ehrlich? Hab ich mich selber erledigt? Oh, okay. Ja, oder ich wüsste nicht, wie es sonst passiert sein soll. Ja, da darf man anscheinend nicht reinlaufen. Ich hab mir das extra gekauft hier vorne. Haus. It's the house. Och man. Das kann nicht wahr sein, ehrlich. Wo ist es jetzt jedes Mal sein? Jo, wo ist es? Das ist doch nicht wahr. Tom, was bist du denn? Ich bin cool. Wow. Oh, wenn du schon da. Everybody come and play. Okay. Danke. Wer hat das erwischt? Das war wohl nichts, Tom, ne? Hast du gut gemacht, den hast du zu mir gelockt. Ja, danke, dass du auch direkt erschienen bist. Hach, herrlich. Ja, so einen Sheriff wünscht man sich. Auf jeden Fall. So, noch zwei Runden. Ich finde, es fehlt hier irgendwie so ein bisschen das Feature, dass man die Waffe werfen kann. Ja, finde ich auch. Ja, es fehlt mir auch das Feature, dass du mal einfach ruhig bist, Tom. Schneid dich in dem Video raus. Willst du jetzt heulen? Nee, schneid dich in dem Video hier einfach raus. Ja, das ist okay. Auf meinem Kanal, natürlich. Das will ich sehen. Das Video würde ich dann gerne sehen. Freuen sich die Leute, die drei von der Tankstelle hier zu beobachten. Ja, mein Gott, ey. Dann nervt wenigstens keiner. Ja, aber ist auch keiner witzig, ne? Ja, wobei. Du machst ja immer nur Witze auf Kosten der anderen. Genau. Hä? Hallo? Hallo? Oh nein! Warum muss das? Bist du wieder mit dem Schwert rumgelaufen? Man hat die Animation gesehen. Ach man, ich... Und außerdem ist sie direkt zu mir gelaufen. Das war schon ein bisschen auffällig. Sehr am Anfang auch nicht. Gemacht. Achso, soll ich jetzt wieder machen? Okay, Tom. Mystery bei Fortnite. War das gerade ein Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-R-Remix? Zeit für ein Duel. Duel! Duel! Ihr habt alle meine Kindheitserinnerungen kaputt gemacht gerade. Alle meine schönen Kindheitserinnerungen wurden gerade zerstört. Karn, schon mal daran gedacht, ne Opernsinger-Karriere einzulegen? Äh, nein. Oh, Mr. Pancake. Mr. Pancake! Mr. Pancake! Mr. Pancake! Kocht heiß! Mit viel Butter. Oh nein! Mann, dieses Nachladen! Och nee! Mr. Pancake! Tom, schnapp dir die Waffe. Mr. Pancake! Ah! Moment hier mal, hast du da gerade gewartet? Ja, kam Pech. Das hat er bei mir auch gemacht. Ja, sorry, aber Claudio ist voll der Camper. Das war meine Rache. Kann ich ihn eigentlich irgendwie rausschmeißen hier? Das war meine Rache. So, Tom, du darfst die Waffe aufnehmen, wenn du möchtest. Ach so, jetzt auf einmal. Ja, Tom, gebe ich den fairen Zweikampf. Was ist das denn? Ja, Mr. Pancake darf. Ja, du hast einmal keinen fairen Wettstreit gemacht. Wo habe ich keinen fairen Wettstreit gemacht? Ja, in der zweiten, dritten Runde. Tom, hast du dich aufgehoben oder nicht? Was erzählst du da? Oh, 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 oh. Here he goes. Ja, stark, Claudio. Durch die Wand. Nein, ich überlege gerade, wie das macht. Tom, du bist so ein Dreckiger. Komm, wie da steht, Leute. Tom, wir kommen von der anderen Seite. Hallo, lass es mal spannend sein. Lass es spannend sein, come on. Nur weil du jetzt nicht mehr dabei bist. Ja, aber weil Claudio auch voll fies spielt. Naja, das war's. Was? Nein, noch nicht, noch nicht. Oh, das war knapp. Leute, Murder Mystery bei Fortnite macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich finde es witzig. Das ist wirklich geil. Ich muss schon sagen, Claudio, das ist, der Abgang war jetzt gut. Der Abgang war jetzt sehr gut. Leute, was nicht spaltet, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschöö. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal.